Die Gerüchte sind wahr. Der König wurde ermordet. Gott steh uns bei. Ich will meine Steuern. Drücke ich mich klar genug aus? Kingsbridge kann meinetwegen Elend zugrunde gehen. In nomine Patris et filii et spiritus sancti. Kingsbridge ist ein Zufluchtsort für Abschaum, Hexen und Huren geworden. Er ist mein Sohn und ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um seine Stellung zu wahren. Und jeder, der mir nicht gehorcht, riskiert seine unsterbliche Seele. Ihr alle wisst, dass das falsch ist. Wir müssen uns das nicht bieten lassen. Uns bleibt einzig. Der furchtlose Widerstand im Angesicht der Tyrannei. Karis, weißt du nicht, was ich für dich empfinde? Such mich jederzeit auf. Ich mach es ebenso. Das wär schön. Ich bin jetzt Herr in diesem Haus. Mein kostbarstes Privileg ist es, heiraten zu dürfen, wen immer ich will. Ich würde eher sterben, als euch zu heiraten. Dazu will ein Spiel gespielt werden. Wenn ihr bereit seid, es zu lernen, stehe ich euch zu Diensten. Damit habt ihr mich hintergangen. Kingsbridge schmiedet einen Komplott gegen mich. Karis ist das Lehrmädchen des Teufels. Egal wie du sie bezwingst, Gott wird es billigen. Damit ich heute diese Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrenne. Röt sie nicht an! Misch dich nicht ein, Bruder. Ich muss mich einmischen. Dies ist meine Stadt. Wir werden Kingsbridge zerstören! Irgendjemand muss unsere Rechte verteidigen. Die Seele Englands ist Kingsbridge!